Mit ihrer Stimme für die FDP machen sie es wieder möglich, die deutsche Wirtschaft zu entfesseln. Technik der 90er, Infrastruktur, was hat Andi Scheuer gemacht? Oder die Telekom? Nur mit der FDP gibt es ein vernünftiges Netz. Die digitale Infrastruktur in Deutschland ist schlecht. Wir sollten die Staatsanteile an Post und Telekom verkaufen und mit dem Geld die entsprechende digitale Infrastruktur aufbauen. Deutschland hat ein riesiges wirtschaftliches Potenzial. Wir sollten die Kräfte der deutschen Wirtschaft wieder entfesseln. Die Welthandelsorganisation sorgt für faire Bedingungen im Welthandel. Deutschland ist auf diese Fairness angewiesen. Wir sollten die WTO unterstützen. In meinem Aktenkeller bekomme ich eine Staublunge. Lasst uns die Bürokratie abbauen, damit wir uns auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können. Ich bitte Sie, am 26.09. die FDP mit beiden Stimmen zu wählen. Denn nie gab es mehr zu tun. Ihr Reinhard Hugen Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ihr Aufmerksamkeit. Vielen Dank.